Was geht ab Homeboys, herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Ich fahre jetzt gleich mit Patti erstmal schön was einkaufen, mal wieder mit Patrick unterwegs. Danach wollen wir eventuell noch ein bisschen Billard spielen. Eigentlich wollte ich ihn schon vor 10 Minuten abholen, durfte mir aber gerade ein bisschen mit dem Ordnungsamt ein kleines Gefecht. Weil der Spasti einfach mal meinte, schreiben wir mal seine Karre auf, obwohl ich hier so einen Parkausweis drin habe. Dieser Parkausweis ist beim Tür zu machen hier auf den Sitz gefallen. Und er meinte jetzt, er könnte durch die Scheibe nicht sehen, dass da mein Kennzeichen drauf steht. Das macht 15 Euro. 20 Minuten diskutiert. Natürlich durfte ich dann keine 15 Euro zahlen. Herrlich. Auf jeden Fall hole ich jetzt Patrick ab, er kommt mir schon ein bisschen entgegen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Wo geht's hin? Da sitzt er auch schon wieder. Mal sagen, zum Ruhepark. Die ein oder anderen kennen den vielleicht. Da werden wir jetzt erstmal gleich ganz geniegen was essen. Bis gleich. Und, was machen wir jetzt? Nice. Also wir müssen hier geradeaus links, geradeaus rechts einmal rum um den Bogen. Links, hoch, rechts. Verstanden? Ja. Jetzt hier. Alter, wir müssen uns einfach alle Leute angucken, weil wir so verspackt mit so einer Videokamera rumrennen. Guck es dir an den Müll. Alle links, rechts, nur am Garten. Einmal schön den Sub gegönnt. Das hier sagt zu ihr, ja ich nehme einmal die Sweet Onion Soße mit ein bisschen Tabasco. Sieh. Oh. Richtig die Flasche ausgerutscht. Alles rot. Das geilste ist ja noch, was er sich für ein Brot holte. Also Steak mit Tabasco auf Brot. Junge, er hätte es auch gleich schönes Mittagessen machen können. Schön besser und gar. Lässt er sich da schon wieder bequatschen? Junge, 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 Junge. Bruh. Ja. Was sich gerade schön von einem Canon-Typen belabern lassen hat. Scheiße, Canon. Was hat er denn so erzählt? Ja, eigentlich nicht. Ich hatte zugehört. Ich hatte einfach nur bla bla bla, Canon, bla bla bla, Canon, Nikon, scheiße, bla bla bla. Ich höre nur so, Fatty sagt, ja, wegen der Nikon, hatte ich mal eine Frage. Ja, aber Canon. Fatty sagt so, ja, aber die Sony Alpha 7, muss ich mal machen. Ja, aber eine Canon in der und der ist noch besser. Junge, so ein Vogel. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Kaufland, weil Fatty Durst hat. Jim Beam ist ein Angebot. Jim Beam ist ein Angebot, deswegen muss er natürlich direkt wieder hier in die... Ach, guck mal, Captain, morgen ist auch ein Angebot. Ja, aber das kostet mir. Das kostet mir nur 88. Wie viel Geld habe ich mit? Hat das. Wie viel Geld habe ich mit? Ich muss meine Bankkarte holen. Drei. Wie viel Geld habe ich mit und holt seine Bankkarte raus? Alter. Ehrlich, wo ist hier? Genau. Zu Hause, schätze ich mal. Dammit. Ah, mit. Mit 187.000 Euro kommt er hin. 55 Euro will ich nicht. Wird knapp. Einmal erstmal schön zwei Börben. Einmal heute entspannten Abend. Wofür haben wir soo denn zwei Börben mit? Star Wars Marathon, muss irgendwie in den Tag kommen. Star Wars Marathon. Junge, Junge, Junge. Aber so für die Arbeit zwischendurch. Für die Arbeit zwischendurch. Wo ist denn hier die Kasse? Ohne holt der Börbens da vorne. Ohne, man hat sich kein Gästner für mich ausgemacht. Börben für 300 Euro. Du klatschst ja auch morgens erst mal ein Steak und Tabasco aufs Brot. Lohnt sich das für 5 Euro? Si, senor. Und noch zwei Eimer. Das ist ja ein Eimer. Ja, wenn ich zwei hole, dann mache ich zwei Eimer. Shut up, clock in and load up. Und du fällst. Was geht ab? Herzlich Willkommen. Wir sind wieder zu Hause. Ich habe mir gerade noch ein bisschen Liquid geholt für meine E-Zigarette. Hier ist das gute Stück. Und du fällst. Jetzt sind wir hier am Ende vom Video angelangt und vielen vielen Dank wieder fürs Zuschauen Das hat wieder Bock gemacht bei euch Was haben wir heute eigentlich gemacht? Wir sind schön frühstücken gegangen, du mit deinem Tabasco und Ding da Dann sind wir schön billiardspielen gegangen Habe ich mir noch ein bisschen Liquid geholt Bei mir am Kaufland Haben wir die Boxen gerade noch angeschlossen Ja, also wenn euch solche Vlogs gefallen, dann lasst doch ein Like da Wenn nicht, dann halt nicht ihr Pesach Und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal, haut rein! Bis zum nächsten Mal!